So, machen wir eine Nachtschicht. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Warum? Hier gibt es immer was zu tun. So, wir haben die Waffe ja jetzt nur mal zu... Ja, ich auch nicht. Guck mal wie die hier steht. Warum nur was? Hier an meiner Wand. Ganz dicht. Okay. Vielen Dank. Ja, da weiß ich nicht, ob ich die überhaupt überhaupt noch behalten soll hier. Hi Rola, grüß dich! Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Kannst du in die Party kommen? Ich bin auch immer in derselben Party. Ja, ist wirklich lange her. Das können wir ja auch mal lagern, oder? Das können wir einzusetzen, das wir gegen Roboter. Hallo? 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 Ich glaube 45er-Patronen brauchte ich für irgendein anderes Gebär noch. Ich hab keine Ahnung. Waaah. Ich weiß alles. Fünf, fünf, sechs, da fehlt mir wieder. Das kann doch nicht sein, oder? Ich mach die jetzt. Warte, ne, ne, ich will die selber machen. Ich weiß nicht, ob ich die herstellen kann. Ich müsste doch noch Blei da haben. Ja, ich mach 30, das reicht. So. Mein Waffe wechseln. Ich hab zwei Stufenaufstiege. Sollte ich die jetzt mal machen, oder? Könntest du machen, wenn du willst, ne? Hast du deinen Sprunghauf wieder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt nicht geguckt, ehrlich nicht. Warum? Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Ja, was für ein tolles Ding, ne? Bescheuert ist das denn? Ich hab's irgendwie geliefert, aber... Du kannst ja noch höher sehen, ne? So, legendäre. Ich kann 100 Punkte ausgeben, dann kann ich zu 3 machen. Aber die hab ich natürlich nicht. Weiß ich, kann ich wieder nicht sehen. Du kannst ja die Scherke doch gar nicht mehr erhöhen. Nee, mit den legendären Karten kannst du noch mehr Plätze machen, oder? Nee, ich glaub nicht. Oh, ich glaube schon. Für mich kann ich die ja auch wieder umwechseln, oder? Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht wo. So, ich muss jetzt hier was wählen. Genau so war das. Im Besitz, Maximalrang. Was haben wir denn hier alles? Bärenstark im Besitz, aber Maximalrang, kritisch starker Versorgung, nun 20% Schaden im Besitz, dann Zweihandwaffennacker verursacht. Blutiger Tod, 5 Bonuspunkte. Weckschaden und Energieresistenz. Keine Ahnung. Oh, riesig. Beim Nachfahren von schweren Waffen, der ist so 20% Schadenresistenz. Oh, Mann. Glück in Dosen, 40% Nahrung, im Besitz Maximalrang. Ja, jetzt erstelle ich. Ich muss gucken, was ich hier nehme. Macht super duper. Was? Super duper. Was ist das? Mein Glück. Wenn du irgendwas herstellst, dann macht er die Doppelgemerksamkeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich sie finde. Was? R1. Und dann? Drück mal R1, noch mal ein paar Mal, bis du bei Glück bist. Ach so geht das, okay. So, jetzt bin ich bei Glück. Blutiger Tod. Super duper. Super duper. Da ist er. Ich werde diese Albtromne nicht los. So, kann ich noch eins? Was? Mach deine gestärkte Gegend. Was? Gestärkte Gegend. Dann hast du die Karte vor. So, ein Punkt kann ich jetzt verbessern auf die 3. Und tu den Koator raus. Hä? Tu den Koator raus. Nee, der ist gut für die, der ist gut für meine Entwicklung. Und für deine was? Ja, der Koator ist, der verbessert meine, meine EP. Nee, der verbessert das nur mit Wackelpuppen benutzt. Ja, hab ich doch, oder? Ja, aber du benutzt die ja nicht. Du hast die ja benutzt. Doch, ich hab die ja benutzt. Ist egal. Lass mich mal die Gitarren gehen, und dann guckst du, ob der noch kein Springen darf. Wenn nicht, dann mach ich die Gitarren rein. Und dann wisch ich das doch, ne? Nee, zu da nicht. Hat er ja wieder vergessen. Dann mach ich hier neue Sachen. Oh, hey. Schön dich wieder zu sehen. Ich stand eben hier hinten drin. Das war auch cool, ne? Was ist das denn für ein Mitarbeiterwut? Was soll ich denn damit? Hm. So, was hatten wir denn jetzt eigentlich vor? Wer hat noch vor? Ja. Ja, du bist ja auch dumm. Du gehst mir vor allem tierisch auf den Keks, ne? Was war das? Beutetierserum? Ja. Okay, jetzt fliege ich in die Decke. Das ist gut. So, Leute. Wir gehen jetzt wieder... Jetzt gehen wir da hin, wo wir hinwollen. Das Halluziner-Dingster-Gas. Das war da ganz unten. Halluziner-Dingster-Gas. Da gehen wir jetzt hier hin nach... 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 Levisburg und gehen da gerade runter, ja? Würde ich sagen. Willst du so weit gehen? Ja, ich hab... Kann ja nicht anders gehen. Ich hab da nichts freigeschaltet da unten. Ich hab da... Ja, aber das hebt mir ja nicht weiter. Ich muss ja die Erfahrungspunkte haben, weißt du? Du willst... Du willst... Du willst... Du willst ein erfahrener Mann sein. Ja. Ich muss das... Ich muss das... Ich muss da unten was... Beischalten halt. Das Schwein gab's... Schreit eigentlich gerade zu Fallout 4, aber was willst du? Okay. Ja, aber das Schwein... Wenn du nicht da gewesen wärst, hätt ich noch ein bisschen gelevelt, aber... nix Redes gemacht, weißt du? Ja, nix Redes. Ich hätte das schon mitgekriegt, dann wirst du nämlich zurückgekommen. Ich denke mal, ich gehe in die richtige Richtung. Warte mal eben. Ja. Entdeckt. Okay, wieder was entdeckt. Ich muss dein Thema hinladen. Bitte? Achso. Ja, muss. Ja. Habe ich denn nicht? Na, ich weiß nicht, wo du bist gerade. Jetzt hätte ich schon gesagt. Ich habe auch gleich wieder mit Spaß angefangen hier. Der wird hier alles mit sich rumschleppen, ne? Was? Irgendwann am Stiel. Habe ich lange nicht gehabt. Konzentrativ? Was ist das denn? Ne, deshalb. Okay, wir gehen aber... Wir halten uns jetzt hier nicht lange auf. Wir gehen gleich in die Richtung, wo wir hin müssen. Action hin, action her. Überall sind diese Super-Mutanten-Biest krank. Oh, der ist geil geflogen. Hier ist noch einer. Ja, der war aber relativ schnell erledigt, ne? Super Flamingo, hier liegt eine Automatikpistole. Brauche ich nicht. Danach kann ich verkaufen. Damit mache ich immer die besten Geschäfte mit dem Zeug. So, weiter geht's. Hä? Nein. Ich glaube, der wusste schon wieder nicht. Ja, der hat sich schon gedacht, verdammt mal. Was geht in die Hose? Oh, ne. Ich gehe mal in die Hose. Hallo. Wann geht's? Mal, wichtig alles zu erkunden hier. Ah, ich habe gar keine Soße mehr. Das habe ich verjessen wieder. Ich habe nur noch Auflauf. So, wo sind wir hier gelandet? Ich weiß nicht, wie lange die hält. Die hält nur eine halbe Stunde. Halbe Stunde, ja. Was? Ich habe noch können, wenn wir auflaufen. Ich glaube, hilft dir was? Oh, wir waren da. Ja, die geht aber so ein halbes Stunde da. Ich halbe Stunde. Vorbei mal hinten. Okay, jetzt haben wir das entdeckt. Das ist gut. Wir halten uns hier aber auch nicht lange auf. 99 Meter, also weit ist es nicht mehr. Ich komme hier, schiebe hier das Ding drauf auf. Oh, Cogubi. Haha. Ja. Vorsicht. Diese Menge großen Mobotten. Und ein Pachtwurf. Okay, warte mal. Ich nehme, glaube ich, eine andere Waffe dafür, oder? Ja, da müssen wir irgendwie durch, ne? Wir müssen nachholen. Wir haben das Wachbord. Was? Wir wollen das Wachbord im Anschluss platzieren. Oh, das explodiert mal wieder alles. Wenn wir so ein Wachbord fertig machen willst, dann ist das immer auf die Fusionskerne schießen. Auf die was? Auf die Fusionskerne schießen. Wir müssen hier rein, ne? Okay. Warte, 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 warte. Ich weiß es nicht genau. Ja, wir müssen nachholen. Warte erstmal hier umschauen. Mal was da brauchbares dabei ist. Nicht viel, aber genutztes Klemmbrett. Warte kurz, nicht weiter noch, mach es mal kurz. Gucken wir nach hier und untersuchen dieses Plakat hier. Ganz mal untersuchen, auswählen kann ich aber nicht. Und nix. Kann ich nicht. Warum, warum nicht? Vielleicht kommt das noch. Ok, dann gehen wir weiter. Warte kurz. Was ist das? Ich bin jetzt von der Anderwaffe. Ich bin die Roboter-Diskuss. Vielleicht, Sie können sich vor mir verstecken? Ne, hatten wir aber gar nicht vor. Oh, war auch klar. Hier ist wieder Such. Was? Ach, du hast schon was gemacht, was du machen solltest, ne? Ja, ja, alles gut. Ich habe jetzt hier wieder so viele Möglichkeiten, was zu holen. So, wir können wieder abbauen eigentlich erstmal. Ich verwende den Hersteller, um ein Phantomgerät anzuschauen. Jetzt ist fertig. Hier ist eine Zugangskarte. Warte mal. Bagger anfragen. Drück mal drauf. Warte mal eben, wo ist eine Zugangskarte? Hier ruhig. Auf dem Tisch. Die nehmen wir mal mit. Da können wir hier auf. Terminal Generaldirektor. Safe Steuerung. Achso, die ist schon offen. Das ist ja immer cool, ne? Da, hier. Da unten. Da war das Ding drin. Was wir besorgen mussten. Das Gas war da drin. So, ich guck mal hier nach der Bagger-Anfrage. Nehmen wir mal Bagger-Anfragen. Trotz von Kram. Schuss auf dem Land. Wir haben eine Schussbruch. Nehmen wir mal vor. Aber keine Person. Ich gucke mich nochmal eben hier oben, ja? Ja. Nur mal falls hier irgendwas ist, was mich noch... Ich gucke mir jetzt das Plakat oben nochmal an. Aber ich denke mal die ist noch nicht freigeschaltet. Kann sein. Weil damit startest du die Quest für die Baggerrüstung. Selbst wenn wir die jetzt einfach nur starten und einfach beiseite legen lassen, dann haben wir die aber schon mal, hast die schon mal bei dir. Aber wahrscheinlich gehört das mit irgendwie zur Quest oder zur Hauptquest oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich glaube du musst einen gewissen Teil zu Ende gemacht haben, bevor du das machen kannst. Ja, ich denke mal wir gehen jetzt erstmal zurück, erledigen jetzt hier dieses Letzte. Ich versuche doch mal das Plakat anzubringen, mir geht nicht. Wir machen jetzt dieses Mysterium zu Ende, denke ich, oder? Ja. Dann könnten wir uns eigentlich mal so langsam an so einer Hauptquest weiter bewegen. Wir müssen noch ein paar Events machen, ne? Ja. 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 Ja, ich würde sagen zurück. Schnellreise zurück. Schnellreise zurück. Du bist ja wieder an den Herstellungsbot da. Das kostet alles ein Geld, diese Schnellreise. Gibt es hier kein 9-Euro-Ticket oder was? Kann doch nicht sein, oder? Ich würde da nicht ein paar Sachen ab. So. Ach so. Genau. Ich habe noch einen Fall. Ist das noch mal? Hey! Unverschämt! Ja, stehen einfach vor dir! Ungläublich! Oh, jetzt sind hier auch wieder welche dran! Gibt es für ein Kitarre? Ja, ich habe gerade rein! Ja? Ich habe gerade die Tür rein! Ja! 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 Ich bin auch nicht ganz dicht, ne? Achso, da unten war ja eine Werkstatt, ne? Ich kann ja auch alles mitnehmen! Ich gehe mal runter, du katze ich da ja weiter mit den Vergnügen! Willkommen zuhause, Novizen! Nein! Ich hoffe, hier ist da noch hinterher gerannt, kann das sein? Ne, das höre ich nur! Ich habe irgendwann noch einen Bauplan gehabt! So, was muss ich jetzt herstellen? Einstellungsdienst! Kontomgerät! Wunderbar! Erlegt! Abgeschlossen! Melde dich an, um eine Beförderung zu erhalten! Gruppe 60 habe ich auf jeden Fall schon! Okay, ich habe das Gewand freigeschaltet der Mysterien! Irgendwo muss ich mich anmelden jetzt! Der Schatten ist erledigt! Jetzt muss ich mich noch anmelden! Grüße, Herr Fisch! Ich hab jetzt sicher, dass ich meinen Kopf anmelden! Aber wie kann ich den Kopf immer? Ich bin der Kopf und glaube ich, dass ich einen Kopfschmerzen bin! Wir bons V皆! Ich bin der Kopf von Schmerzen, also ein Kopfschmerzen. Das erfüllt euch nur! Das schmerzen wir, was wir haben. Und wenn ihr den Kopfschmerzen oder ihr mich sitzt, der Kopfschmerzen und den Kopfschmerzen wird, Der Kopfschmerzen wird. Der Kopfschmerzen wird von auf den Kopfschmerzen. Also, ich bin der Kopfが in der Kopfschmerzen. Ich bin der Kopfschmerzen! So, ich bin Novizin der Mysterien. Auch das haben wir abgeschlossen, das heißt, die Quest dürfte erledigt sein. Bestbegonnen Sucherin der Mysterien, okay. Das ist mein Volk. Das ist mein Volk. Vielen Dank.